Neue Strukturen beim FC Mecklenburg-Sperin. Der Verbandsligist hat sich in der sportlichen Führung mit Bundesliga-erfahrenen Akteuren verstärkt. Ab sofort werden die ehemaligen Hansa-Profis Martin Piekenhagen und Jens Dove Teil der Führungscrew sein. Piekenhagen, der 215 Bundesligaspiele für den FC Hansa, den Hamburger SV und den MSV Duisburg absolvierte, übernimmt die sportliche Leitung des FCM. Der bisherige sportliche Leiter Uwe Brauer konzentriert seinen Aufgabenbereich auf das Ressort-Marketing und Sponsoren. Der ehemalige Mittelfeldspieler Jens Dove bringt seine Erfahrung aus 143 Bundesligaspielen für Rostock und 1860 München ab sofort im Bereich Scouting ein. Auch die Gegneranalyse wird der 45-jährige frühere Hansa-B-Jugendtrainer durchführen. Auch auf dem Rasen gibt es einen Neuzugang zu vermelden. Ronny Rieling wechselt ab sofort vom MSV Pampo nach Schwerin. Ronny Rieling wechselt ab sofort vom MSV Pampo nach Schwerin. Ronny Rieling wechselt ab sofort vom MSV Pampo nach Schwerin. Ronny Rieling wechselt ab sofort vom MSV Pampo nach Schwerin. Ronny Rieling wechselt ab sofort vom MSV Pampo nach Schwerin. Ronny Rieling wechselt ab sofort vom MSV Pampo nach Schwerin. Untertitelung des ZDF, 2020